Monique Schwitter. Eins im Anderen. Wie schreibt man über sie? Die Liebe. Dieses Gefühl, das uns freimacht und zugleich in Ketten legt. Geht das ohne Kitsch, ohne Zuckerguss, ohne Pathos? Selber schuld, wenn man glaubt, man könne die Liebe packen, untersuchen und vor allem verstehen. Sie versucht es trotzdem. Monique Schwitter. Schauspielerin, Regisseurin, Schriftstellerin. Ihr Roman, zwölf Kapitel, zwölf Männer, zwölf Spielarten der Liebe. Eins im Anderen. Ich fand es interessant, unter anderem auch, einfach als Frau hinzugehen, eine Anlage mir auszusuchen, die mich zwingt, zwölf Männerfiguren zu entwerfen. Ich hatte bisher eigentlich oft Frauenfiguren in meinen Büchern und ich fand das reizvoll, auch diese Aufforderung an mich selber, schreibt diese zwölf Männer. Und was für Männer. Abgehalfterte Regisseure, Lügner, Softies, zusammengewürfelt vom Leben. Eine Schriftstellerin googelt eines Abends den Namen ihrer ersten Liebe. Die Nachricht von seinem Tod eröffnet den Männerreigen. Eine Suche beginnt. Die Suche nach den einstigen Geliebten, Gefährten. Sie tragen die Namen der zwölf Apostel. Ich habe also einerseits das, was ich herausgefunden habe, über die Apostel genommen und in diese ganz handfesten, realen, heutigen Männerbiografien hineingepackt. Und man kann das lesen, also man wird diese Spuren wiederfinden, aber man muss es nicht. Eine Liebesbilanz mit Heiligenschein? Keineswegs. Monique Schwetter seziert vielmehr ein Gefühl. Sein Kommen und Gehen. Und das, was es zusammenhält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017